Jetzt habe ich hier noch Moskau 1. Raph, ich möchte fragen, wenn ich darf. Wir haben über die Hauptsache gesprochen, dass wir vom ganzen System erhalten und dem ganzen System geben. Aber wenn wir über die Welt sprechen, haben Sie darüber gesprochen und wir haben gesehen, dass 80% der Menschen nicht notwendig sind für die Arbeit. Wie soll so ein Mensch sich um die ganze Welt kümmern und der Welt dienen? Er wird sich um die Verbindung zu allen kümmern, weil er ansonsten das Stipendium nicht erhalten wird, um zu leben. Das wird seine Arbeit sein. Er wird fühlen, dass dies seine Arbeit ist. Er muss dies lesen, diese Sachen lesen, diese Sachen verbreiten. Und das wird die Arbeit sein, die Beschäftigung mit der höheren Kraft in der ganzen Welt. Und er wird fühlen, dass er jeden Tag etwas hat, was er umzusetzen hat. Und er wird Übungen machen müssen und wird sich verbinden müssen, wird Workshops machen müssen und auch an alle verbreiten müssen und wird auch eine aktive Verbindung durchführen müssen. Wie viel hast du dich, wie sehr hast du dich überwunden, wie sehr hast du etwas gemacht? Wenn nicht, wirst du kein Geld erhalten. Wenn nicht, wirst du kein Geld erhalten.